Können wir eigentlich langsamer altern oder sogar jünger werden? Lässt sich unser Gehirn verschnellern und vor dem Abbau ab Mitte 30 schützen? Die Medien sind begeistert über die On-Off-Schalter der Gesundheit. Unser Körper ist die erstaunlichste Biomaschine, ständig im Auf- oder Abbau. Die Biostoffe dafür kommen aus der Ernährung und wurden über Millionen Jahre getestet. Sie stellen ihre Blutgefäße weit, schalten ihr Immunsystem scharf, falten sogar ihre Gene auf und zu, damit der Körper sich reparieren kann. Mit Biostoffen aktivieren Sie die Löschtaste für Schäden. Kommen Sie mit auf eine faszinierende Reise durch Ihren Körper und wie Sie mit Ernährung wieder in Topform kommen. Jetzt gibt es den SPIEGEL Bestseller zum ersten Mal als spannendes Seminar. Erfahren Sie, welche Superfoods, Fette und Vitamine die Schalter umlegen, damit Sie sich fitter fühlen, langsamer altern, das Gehirn verbessern, die Gefäße und den Darm sanieren. Sie haben nur einen Körper. Holen Sie das Beste aus ihm heraus. Sichern Sie sich noch heute eine Karte. Beste Teil